Sie glauben, Sie wüssten, wie die Welt funktioniert. Sie sind ein Mann, der die Welt wie durch ein Schlüsselloch sieht. Aber was, wenn ich Ihnen sage, dass diese Realität nur eine von vielen ist? Was soll? Das ergibt keinen Sinn. Nicht alles muss Sinn ergeben, Dr. Strange. Mit Hilfe mystischer Macht nutzen wir die Energie, um die Realität zu formen. Die Avengers schützen die Welt vor physischen Gefahren. Wir bewahren sie eher vor Bedrohungen mystischer Art. Kommen Sie mit. Du wirst sterben, während du diese Welt beschützt. Mr. Doktor. Mr. Doktor, es ist strange. Wer will das beurteilen? Dr. Strange. Ab 27. Oktober im Kino. Über weiter Entfernung. In einem Augenblick. Wie komme ich von hier nach dort? Wie sind Sie ab?